Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen, besonderen Video auf meinem Kanal. Wir haben ein besonderes Malzwein erreicht, und zwar von 50 Abonnenten. Ich freue mich sehr, dass ich das sagen kann. Und für euch habe ich natürlich auch etwas. Und zwar erfahrt ihr heute fünf Karten über mich. Rot ist mein Lieblingsfaser. Ich bin zehn Jahre alt. Ich lese in meinen Videos nie einen Skript. Im letzten Sommerurlaub wurde ich nur dreimal als Mädchen verwechselt. Okay, nun zu Fakt 5. Meine Mütte möchte eigentlich nicht hin, dass ich das sage, aber ich wohne. So, nun wird sie wohl ich wohne. Okay, gut. Das war's für diesen schönen kleinen Video. Ich hoffe es hat euch sehr, dass es euch gefallen hat. Lass auf jeden Fall ein Abo da, dann erreichen wir auch bald ein 100 Abonnenten. Ein Like würde auch reichen. Aber, ja, bis dahin. Tschüss!